Seit 2005 ist Nordmazedonien mit seinen rund 2 Millionen Einwohnern Beitrittskandidat der Europäischen Union. Der kleine Balkanstaat hat eine der schlechtesten Volkswirtschaften Europas und befindet sich aktuell in einem Transformierungsprozess, politisch wie wirtschaftlich. Besonders deutlich zeigt sich die Veränderung in Skopje, der Hauptstadt des Landes, in der knapp ein Viertel der Bevölkerung lebt. Im Zuge eines regelrechten Baubooms wurde die Innenstadt in den letzten 10 Jahren rundum erneuert. Am Fluss Varda errichtete man Prunkbauten und Denkmäler. Alles im Zuge des Projektes Skopje 2014. Ein riesiges Bau- und Sanierungsvorhaben, womit die vorherige Regierung versuchte, das nationale Selbstgefühl der Mazedonen zu stärken und, ganz besonders, ihre vermeintliche Nachkommenschaft zum antiken Makedoniens Alexander des Großen darzustellen. Das Ergebnis dieses urbanistischen Gestaltungswillens ist eine Art groteskes Oberettenstadel entlang des Varda-Ufers. Am Makedonia-Platz befindet sich die ehrfurchterregendste aller Statuen, 23 Meter hoch, ein gigantisches Reiterdenkmal. Alexander der Große mit gezogenem Schwert wird beim wilden Ritt auf hohem Sockel von Löwen bewacht, umgeben von einem Brunnen, aus den Wasserfontänen schießen. 80 Millionen Euro sollten die Umbauten, die fast ausschließlich ein paar hundert Meter der Innenstadt umfassen, ursprünglich kosten. Fast eine halbe Milliarde Euro hat Skopje 2014 mittlerweile verschlungen. Die enormen Kosten stellen eine kolossale Belastung für das kleine Land dar. Viele Mazedonen sehen das Projekt sehr kritisch. In einem Land mit extrem hoher Arbeitslosigkeit und einem Durchschnittseinkommen von rund 350 Euro monatlich hätten die Millionen effektiver eingesetzt werden können. Nordmazedonien leidet noch immer unter den Nachwählen des Niedergangs des ehemaligen Jugoslawiens und dem Übergang in die Marktwirtschaft. Wie in vielen süd- und osteuropäischen Staaten gehören die Roma, die in Mazedonien die größte ethnische Minderheit stellen zu den Verlierern der Übergangsprozesse. In Skopje, der Hauptstadt des Landes, abgelegen am Stadtrand, befindet sich Abgefahrtsflö pneumonia-Giut strange mit drei deben in der Mitte! Neuen Bereits� verlieren die Abenteuerlung eines Weiteren sind auch die Vielen Dank. ...einen Ausweis. Seit rund 15 Jahren ist Tschutka auch die Heimat von Helmut Z. In Deutschland, nahe Krefeld geboren und aufgewachsen, wurde der Sohn mazedonischer Roma, die einst als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren, 2010 in die Heimat seiner Eltern abgeschoben. Obwohl er alle Voraussetzungen zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft erfüllte, beantragte er sie nicht. Ein Versäumnis, das für ihn zu bitteren Konsequenzen führte. Helmut Z., der über Jahre für die Krefelder Stadtwerke arbeitete, geriet auf die schiefe Bahn, wurde straffällig und musste nach einer Haftstrafe Deutschland verlassen. Als mazedonischer Staatsangehöriger schickte man ihn in das Herkunftsland seiner Eltern, das er vorher noch nie gesehen hatte. Ein normales Leben ist seither für ihn und seine Familie nicht möglich. Also wo ich hier in Tschutka ankam, war erstmal ein Schock für mich, wo ich das hier gesehen habe, wie die Leute hier, die Mazedonien, Roma hier leben und ich auf einmal hier unter denen war. Ich kannte dieses Leben hier nicht, also von Roma, ich kannte das Leben nur von Deutschland. Es war richtig schockierend für mich, wo ich hier nach Mazedonien kam. Ich hatte erstmal keine Unterkunft, ich hatte kein Geld, ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Wo ich hier angekommen bin in Mazedonien, wollte ich mich hier anmelden, wie ein mazedonischer Staatsbürger, aber ich konnte es nicht, weil die sagen zu mir, ich existiere hier nicht in Mazedonien, ich habe keine Rechte hier in Mazedonien. Also ich bin, wie gesagt, hier mit meiner Familie illegal hier in Mazedonien. Ich habe festgestellt, wo ich bei der mazedonischen Behörde war, wo ich einen Ausweis beantragen wollte. Da hat man mir gesagt, da hat man im Computer mich gefunden, dass ich hier gar nicht existiere, also dass ich hier gar nicht bin. Also die finden mich nur auf meiner deutschen Adresse, das heißt, dass ich noch in Deutschland lebe. Und wo ich hier hin kam, also wo ich dann nach Hause ging, dann musste ich mir erstmal meinen Kopf klar machen, warum werde ich so behandelt hier in Mazedonien, weil ich bin ja ein mazedonischer Staatsbürger, aber wo ich bei der mazedonischen Behörde war, habe ich festgestellt, dass ich kein Staatsbürger bin, sondern nur ein Staatsangehöriger in Mazedonien bin. Und ich wollte bis heute wissen, wo da der Unterschied zwischen einem Staatsangehöriger und einem Staatsbürger ist. Deswegen bekomme ich hier keine Papiere, ich bekomme hier keine Krankenversicherung, ich bekomme hier keine Sozialhilfe, ich kann mich hier nicht arbeitssuchend melden, also ich bekomme hier gar nichts. Das heißt, wenn ich nichts machen würde, würde ich auch hier verhungern, also ich würde hier, ich habe keinen Lebensstatus hier. Das heißt für mich, auf Deutsch gesagt, ich bin in ein offenes Meer, ich schwimme in ein offenes Meer und irgendwann gehe ich unter, da ist die Kraft zu Ende und dann tauche ich unter und dann ist mein Leben hier zu Ende. Und ich weiß auch schon nicht mehr weiter, wie ich hier leben soll. Das ist eine Roma-Stadt, das ist eine Roma-Stadt hier in Schuttgart. Das ist, so gesagt, die Hauptstadt von Mazedonien, wo Roma leben, das ist die Roma-Hauptstadt von uns. Und wir Roma haben hier Schwierigkeiten von den Mazedoniern, also wir kriegen keine Arbeit von denen, wir bekommen keine Rechte von denen, weil wir Roma sind. Die wollen mit uns so oft, Deutsch gesagt, nichts zu tun haben. Wir Roma, wir sind, wir wollen arbeiten, aber wir kriegen von der Regierung keine Arbeit. Es sind auch viele hier Kinder oder Jugendliche, die Wirkschule haben, aber die keinen Job haben. Und deswegen sind wir Roma, wir müssen vom Müll leben, von Mülltonnen oder wir sammeln Flaschen oder Plastik, damit wir uns irgendwie überleben hier. Wir müssen von dieser Armut das Beste raus machen. Also wir leben halt. Wenn du siehst, wo die Leute hier, wo die Menschen leben, die Roma, die haben keine eigenen Wohnungen, die sind nicht integriert hier in Mazedonien. Also die sind, wie soll man das sagen, man weicht die Roma ab, die ernähren sich von Mülltonnen. Also die leben in Hütten, die leben unter den Brücken und daran erkennt man die Roma. Doch auch Suto Rorizari befindet sich im Wandel. Bald schon wird es Schuttgar in dieser Form nicht mehr geben. Die Stadt verkauft nach und nach die Grundstücke und immer mehr Angehörige der wesentlich besser gestellten albanischen Minderheit lassen sich im einstigen Roma-Stadtteil nieder. Eine Ausweichmöglichkeit für die Familien, die sich den Kauf eines Grundstücks nicht leisten können und ihr Dach über dem Kopf verlieren, gibt es nicht. Im Schuppen eines privaten Recyclinghofes lebt die 30-jährige Maria mit ihrer Familie. Auch dieses Grundstück ist bereits verkauft und wird bebaut. Der neue Besitzer lässt Maria, ihren Mann und die Kinder noch so lange hier wohnen, bis der Bau seines Hauses abgeschlossen ist. Danach müssen auch sie hier weg. Wie es dann weitergeht, wissen sie nicht. Marias drei Kinder wurden hier im Schuppen zwischen den Plastikflaschen geboren. Ein anderes Leben als dieses in bitterer Armut kennen sie nicht. Sie versorgt ihre Familie, indem sie als Bettlerin durch die Innenstadt von Skopje zieht. Ein tagtäglicher Kampf ums Überleben ohne Aussicht auf jegliche Besserung. Nicht jeden Tag gibt es etwas zu essen. Wenn der Bau des Hauses im kommenden Frühjahr abgeschlossen ist, wird die kleine Familie obdachlos werden. So wie hunderte Roma-Familien in den letzten Monaten vor ihnen. Nicht jeden Tag gibt es einen Spaß, der Bus in der Mitte der Kultge mit ihren Be easily verletzt oder anfang. So wie im Schicht, wo du dich in der Mitte der Kultge von der Kultge auslösen warst, dass du nicht möchtest, wirst du nicht in der Mitte der Kultge von der Kultge hervorstellst. Wie die Ahnung, wie die Unterentwicklung für die Kinder, die Kinder und die Kinder und die Kinder zusammenhängen. Denn wir haben die Kultge from schicht, wenn du nicht vor sich in den Kultge von der Kultge verletzt. Auch Marias Schwägerin musste vor ein paar Wochen das Grundstück, das sie mit ihren Kindern bewohnte, verlassen. Nun liegt auch sie in dem kleinen Schuppen. Drei Erwachsene und sieben Kinder auf engstem Raum. Mit dem Einsetzen des bevorstehenden Winters wird sich ihre Lebenssituation noch verschlechtern. Maria und ihre Familie sind sogenannte Phantom-Personen. Menschen, die in ihren Heimatländern nicht als Staatsbürger registriert sind und somit keinerlei Rechte und keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung haben. Am Rand von Schuttgar leben die, die die Stadt der Roma bereits verlassen mussten. Die neue Heimat der Gestrandeten ist eine alte Müllkippe in der Nähe des neuen Fußballstadions von Skorpje. In den improvisierten Behausungen leben etwa 30 Roma-Familien, mehr als 200 Personen, darunter dutzende Kinder. Die Menschen hausen hier unter katastrophalen Bedingungen. Es gibt keinen Zugang zu Trinkwasser, keinem Abwassersystem und keine Stromversorgung. Um durchzukommen, haben sich die Roma hier zusammengeschlossen und leben vom Sammeln der Plastikflaschen aus den Müllcontainern der Metropole. Ein Pfandsystem gibt es in Nordmazedonien nicht. Plastikmüll wird an Wertstoffhändler verkauft, das Kilo für wenige Cent. Ein Pfandsystem ist in Nordmazedonien. Doch auch dieser Platz wird ihnen nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Die Stadt plant hier den Bau einer luxuriösen Neubausiegelung. In wenigen Wochen müssen die Roma-Familien diesen Ort verlassen. Ihre Situation ist völlig aussichtslos. Die Stadt, die Roma-Familien, mehr als 200 Personen, die Roma-Familien, mehr als 200 Menschen. Die Stadt, die Roma-Familien, mehr als 200 Personen, die Roma-Familien und andere. Mancher hier schaffte es in der Hoffnung auf ein besseres Leben sogar bis nach Deutschland. Doch bleiben durften die mazedonischen Roma nicht. Nach wenigen Jahren kam die Ausweisung und es ging für die meisten zurück nach Skopje. Es ist gut, Deutschland zu kommen, um zu schauen, was andere Leute machen. Und wie lange wohnst du schon hier? Ja, hier zehn Jahre, diese Leute nicht gucken, wohin sie sitzen, wohin sie schlafen, kein Wasser, mit der Schule keine Kinder, alles so Katastrophe. Ich muss nicht, ich, Roma, von Deutschland, zurück nach Mazedonien. Was machen hier Mazedonien? Keine. Ich bin von Deutschland geboren, wo wir sind. Ich habe ein Kind, drei Monate, drei Monate hier habe sie Bebe. Ich komme hier, meine Kinder sind krank. Das Zimmer, wo ich schlafe, diese Leute, für Kinder. Das ist hier eine Katastrophe, keine Hilfe für Leute, für Kinder. Wo ich schlafe, keine, wo ich, dieses Bett, keine, dieses Bett. Das Leben unter solchen Bedingungen ist hart und fordert letztlich auch seinen Tribut. Während überall in Schuttgar neue Häuser gebaut werden, bleibt für die Roma kein Platz mehr. Besonders die fehlende ärztliche Versorgung der ungeliebten Minderheit stellt ein großes Probieren dar. Wer eine medizinische Behandlung nicht bezahlen kann, bleibt unversorgt und sich selbst überlassen. Also ich denke mal, ich bin, also so wie die Ärzte mir sagte, weil wir haben auch eine Zeit lang von Mülltonnen gelebt. Ich habe auch beim Schrottplatz gearbeitet, bei einer Flasche Recycling habe ich gemacht. Und diesen Duft und diesen Dreck, den ich eingeatmet habe, habe ich meine Krankheit durchbekommen. Also ich bin dann zum Krankenhaus gefahren und das Krankenhaus festgestellt, dass ich einen Tumor habe in meinen Zwölfingerdarm. Und dann bin ich, das war keine gute Nachricht für mich, wo ich diese Nachricht bekommen habe. Und ich musste ganz dringend operiert werden. Und ich habe keine ärztliche Hilfe bekommen. Also von keinem Ärztin oder von keinem Staat, von keinem mazedomischen Staat habe ich irgendwelche Hilfe bekommen, dass ich meine Krankheit, dass ich operiert werden kann. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich muss ja auch eine Therapie haben, weil ich brauche diese Chemotherapie. Aber da ich mir das nicht finanziell nicht leisten kann, weil ich ja mittellos bin, ich habe ja irgendwo kein Einkommen her. Also dann muss ich wieder versuchen, dass ich wieder vom Müll lebe, dass ich wieder vom Mülltonnen mich ernähre oder Flaschen sammeln gehe, damit ich wieder ans Geld komme, dass ich irgendwie meine Therapie bezahlen kann. Aber in meinem Zustand ist es sehr kriegtig, dass ich wieder die Arbeit machen sollte. Aber ich musste irgendwie meine Kinder ernähren, meine Familie irgendwie ernähren. Die Geschichte von Helmut Z. endet in der Hauptstadt der Roma. Seine völlig unbehandelte Krebserkrankung schritt immer weiter und unaufhaltsam voran. Eine ärztliche Behandlung erhielt er nicht. Wenige Wochen nach diesen Dreharbeiten verstarb Helmut Z. in Skorpje, Suto Orisari, Nordmazedonien. Jeden Tag zieht Danio mit seinem Karren zum Fußballstadion von Skorpje. Er sammelt Plastikflaschen aus den Müllcontainern. Der New gilt hier als besonders fleißig, doch seine Konkurrenz ist groß. Das Stadion zieht gerade am Wochenende hunderte Besucher an und viele hinterlassen den Plastikabfall, von dem Skorpjes Roma leben. Paradox dabei ist, dass Nordmazedonien gerade hinsichtlich einer funktionierenden Abfallindustrie die Vorgaben der EU-Kommission nicht erfüllt. Die Bevölkerung tut sich schwer mit der Mülltrennung und so sind es ausschließlich die Roma, die aktiv, wenn auch aus der Not heraus, der Gesellschaft einen großen Gefallen tun und Abfallsortierungen vornehmen. Gedankt wird es ihnen jedoch nicht. Aus dem Wursstehen As an ц Die Brüder sind in der Nähe des Plastik. Die Brüder sind in der Nähe des Plastik. Die Brüder sind in der Nähe des Brüder. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr als Kind in der Schule habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr als Kind in der Schule bin. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr als Kind in der Schule habe, aber ich bin nicht mehr als Kind. Lanyes Schicksal ist fest mit der Abfallsammlung verbunden. Erst vor ein paar Monaten wurde er aus dem Gefängnis entlassen, nach 15 Jahren. Im Streit um weggeworfene Plastikflaschen erschlug er einst einen Konkurrenten. Wieder auf freiem Fuß setzte er genau hier am Fußballstadion wieder an. Ein anderes Leben kennt er nicht. Daniel kann weder lesen noch schreiben, er hat keinerlei Perspektive. Die Abfallsammlung ist seine einzige Einnahmequelle. Bis zu 30 Euro verdient er im Monat durch den Verkauf der Plastikabfälle, wenn es gut läuft. Doch auch Wertstofffirmen haben erkannt, dass das Geld in Nordmazedonien förmlich auf der Straße liegt. Die private Abfallsammlung wird nun unter Strafe gestellt. Die Sammlung und Verwertung von Plastikmüll soll in Zukunft nur noch bestimmten Unternehmen vorbehalten sein. Mit Einbruch der Dunkelheit macht sich Maria auf den Weg in die Innenstadt von Skorpje. Mit dem Bus von Schupka bis ins Zentrum dauert die Fahrt gut 30 Minuten. Seit einigen Monaten hat die Stadt den öffentlichen Personennahverkehr auf bargeldlose Bezahlung umgestellt. Selbst wenn Maria es wollte, könnte sie ohne ein Bankkonto den Bus, auf den sie angewiesen ist, nicht mehr nutzen. Sie hat keinen Fahrschein und entsprechend angespannt ist sie bei jeder Tour. Am Tage schaffte sie es nur wenig Geld zu erbetteln, so ist sie gezwungen es am Abend nochmal zu versuchen. In der heller leuchteten Innenstadt findet gerade das Roma-Festival statt. Für die Touristen soll es wohl so wirken, als hätten die Roma einen festen Platz in Nordmazedoniens Gesellschaft. Dass die Realität ganz anders aussieht, kann jedoch jeder sehen, der sich von den Lichtinstallationen und angestrahlten Fassaden nicht blenden lässt. Das Erdbeben von 1963 dauerte nur wenige Sekunden und reichte aus, um große Teile der Stadt in Trümmern zu legen. Die Planer des neu gestalteten Skorpje wollten eine moderne Stadt schaffen, eine, in der alle ethnischen Gruppen des Landes sich dieselbe Infrastruktur und dieselben Plätze teilen sollten. Die Roma hatte man schon damals nicht mit einbezogen. Heute stellen die erleuchteten Plätze und die grelle Promenade jedoch die Lebensgrundlage der Roma von Skorpje dar. Nur hier besteht für sie die Möglichkeit, bettelnd zu überleben. Nach einer halben Stunde Fahrzeit erreichen auch Maria und ihr Sohn die City. Noch drei Stunden bleiben ihr, um etwas Geld zu erbetteln und den letzten Bus zurück nach Schuttgart zu bekommen. Noch sind an diesem Spätsommerabend viele Besucher im Stadtzentrum unterwegs. Die Restaurants entlang des Varda-Ufers sind gut gefüllt. Das riesige Reiterdenkmal zieht die meisten Besucher an und ist in seinem Kitsch ein beliebtes Fotomotiv. Auf dem luxuriös wirkenden Makedonia-Platt stellt Maria bettelnd mit ihrem Sohn auf dem Arm einen krassen Kontrast zu dem dar, was Skorpje eigentlich sein will. Ihr Sohn spielt bei ihrer Betteltour eine wichtige Rolle, nur mit ihm kann sie ihre Bedürftigkeit entsprechend unterstreichen. Es läuft nicht gut für sie. Vielleicht weil einfach zu viele Bettler an diesem Abend unterwegs sind. Wie sehr Maria auf das Geld angewiesen ist, kann man nur schwer erahnen. Bettler haben weltweit ein schlechtes Image. Nach ein paar Stunden wieder auf dem Weg zurück zur Bushaltestelle findet sich doch noch jemand, der etwas von Maria kaufen will. Überall auf der Welt bieten Bettler dasselbe Produkt an. Sie verkaufen ein gutes Gefühl. Das angenehme Gefühl, helfen zu können und wohltätig zu sein, lassen sich doch einige ein paar Cent kosten und sichern so Menschen wie Maria und ihrer Familie das tägliche Überleben. Menschen, die zwischen den Multimillionen Fassaden, Lichtsystemen, Denkmälern und Brunnen der Balkanmetropole, die sich in den letzten 50 Jahren zweimal neu gestaltet und erfunden hat, um Geld betteln oder Müll nach Essen und Wertstoffen suchen. Aufsysteme Musik. Untertitelung des ZDF, 2020